Was ist der sichtbare Erfolg? Wir vereinfachen den Menschen, was nicht geht, und wir blicken immer nur auf das Sichtbare, und das ist der sichtbare oder der scheinbare Erfolg. Und das ist ja das, worauf unsere Managementstrategien alle ausgelegt sind. Ich bewundere die Menschen, die sagen, in drei Jahren habe ich China erobert, also den Markt, in der Automobilindustrie zum Beispiel oder sowas. Und ich frage mich, wie machen die das, wie wissen die das? Woher wissen die das, dass sie das gemacht haben? Ich weiß ja nicht mal, was morgen kommt, aber die wissen das, das finde ich faszinierend, finde ich wirklich gut. Die wissen auch ganz genau, welche Qualifikationen benötigt werden, um in dem einen Umfeld jetzt erfolgreich zu sein. Und ich frage mich, woher wissen die das? Weil wenn sich das Umfeld ändert, brauche ich vielleicht ganz andere Qualifikationen. Es gibt ein spannendes Buch, empfehle ich Ihnen sehr, Organisation für Komplexität. Wie Arbeit wieder lebendig wird. Viele Organisationen sind vom Dogma individueller Leistung durchdrungen. Dabei ist Einzelleistung ein Mythos. Aber wir wollen ja immer, wir suchen immer jemanden aus, weil wir sagen, der ist erfolgreich oder der war erfolgreich, dann ist er auch bei uns erfolgreich. Das ist ja die Garantie, die wir wollen. Wir wollen ja Sicherheit als Personaler oder als Fachbereiche. Und er hier sagt, pflegig, das ist ein Mythos, Einzelleistung ist ein Mythos. So, und dann habe ich mich mal weiter umgehört. Machen wir mal den nächsten Test. Rüdiger Hossib ist bekannt, hier bei den Studenten. Sagt der Name was? Na, ich habe gestern Peter gefragt. Er sagt, doch, doch. Danke, ist Eignungsdiagnostiker, einer der Päpste der Eignungsdiagnostik in Deutschland. Der hat das BIP entwickelt. Mit dem habe ich mal vor ein paar Tagen gesprochen. Und der sagte mir, Zemrowski, das ist also Personalauswahl, ist in Deutschland ein Witz. Wir sind eins der Länder, die am wenigsten eignungsdiagnostische Mittel einsetzen. Da sind so Bananenrepublikländer, sind da deutlich weiter vorne. Und er sagt auch, das Problem ist, dass wirklich niemand ein auch nur im Ansatz funktionierendes Modell vom individuell verursachten beruflichen Erfolg hat. Keiner von sämtlichen Eignungsdiagnostik-Anbietern oder sonst irgendwas kann wirklich garantieren, dass er voraussagen kann, mit diesem Ansatz, wenn du es so machst, wenn du so Personalauswahl hast, dann hast du eine Garantie, dass der Mitarbeiter auch in Zukunft erfolgreich sein wird. Keiner.